Neu präsentieren wir einen Schleifring. Auch Schleifringe werden im Bereich Mobilkraine eingesetzt. Sie sind dafür da, um Leistung und Signale und Feldfußkommunikation aus dem Oberwagen in den Unterwagen zu übertragen. Das heißt, hier werden diese ganzen Sensoren zusammengeführt, die Informationen zusammengeführt oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, genau. Hier werden Sensorsignale zusammengeführt, hier werden Leistungen übertragen, hier wird auch Kommunikation zwischen den Steuerungen ausgetauscht und alles übertragen über Schleifringe.